so ok übrigens robin ich wollte ja noch mal fragen wie das genau läuft mit der quest ist aber vergessen war es leider zu spät also thiefs äh ancient spires sind die anderen ich würde jetzt noch plunder fahren um die sachen abzugeben ne die mission ist fehlgeschlagen na gut dann hätte ich praktisch das ding aufmachen sollen und nur wenn wir zu zweit sind können wir das möglichst schnell schaffen die ganzen kisten rauszutragen nur dann weil alles andere dauert viel zu lange da schafft es nur ein paar kisten rauszutragen und dann geht er eben die dings runter dann geht er eben die steinwand runter was ich überhaupt machen hätte können wenn ich alleine bin wäre dass ich die medaillons finden in der zeit wenn ich die höhle schon aufmacht dann läuft das sowieso ein timer ab und dann konnte ja gleich die zeit nutzen um die medaillons zu finden und dann den zweiten teil zu schaffen den ich jetzt noch nicht kennen den hast du glaube ich vorher erklärt aber ich habe schon vergessen also wenn die typen hier hinten nicht checken dass ich hier bin dann mache ich jetzt folgendes ich versuche es mal mit der kanonkugel zu schaffen oh cool so train zu gehen die genau dieselbe empfehlung an eine ganz das warten bis das wasser ist Frage ist reicht es oh nein das schiff hat sich verschoben aber es hat zumindest schäden es hat zumindest schäden das ist schon mal gut schon mal sehr gut ich weiß nicht genau zu hoch ich weiß nicht genau ob man überhaupt so das ding zerstören kann ich habe es noch nie geschafft weil ich es noch nie versucht habe jetzt habe ich leider keine kanonkugel mehr ich muss jetzt gleich mal fixen ich nehme mal die kanonkugelkiste hierher da mal gucken ob es geht mal dürfte es ja zum schaffen sein weil der schaden ist ja immens mit der kanone frage ist bloß ob es reicht genug schaden angerichtet wird wenn er muss man jedes mal treffen äh hier es schaut zumindest danach aus ja doch es schaut gut aus blöd ist bloß ah jawoll das schiff dreht sich nach einer zeit auch wieder dann ist die gefahr groß dass man ähm dass man es nicht gescheit schafft zweit einmal die sind weg die sind weg und könnten vielleicht mich überraschen wollen aber jetzt ist mir das wurscht ich glaube den Rubin das ist das wichtigste so ok ich werde jetzt hier umdrehen und dann nach hinten fahren weil wenn dann versuchen sie mich wahrscheinlich abzuhängen über die Insel dann werden sie mich wahrscheinlich versuchen äh abzufangen über die Insel so schaut nicht so aus es könnte auch sein dass sie ausgelockt sind es könnte schon sein dass sie ausgelockt sind es könnte auch sein dass sie sich absichtlich ausgelockt haben und jetzt hier an der Insel warten das blöde ist alleine ist das echt scheiße also sie haben mich auf jeden fall nicht verfolgt so wie es ausschaut außer sie sind jetzt gerade hinten an der Insel ich werde trotzdem woanders hinfahren weil ich würde es so machen dass ich wenn ich jetzt sehe dass jemand hier kämpft auf der anderen Insel würde ich hier am Außenposten warten bis er hier abgibt ich würde es zumindest so machen so ich muss nach Westen fahren da ist der Außenposten ja sie scheinen sich auf jeden fall ist das Schiff untergegangen das Schiff sehe ich nirgends mehr also wenn er jetzt auf jeden fall jetzt sehen müssen das heißt entweder sie haben sich ausgelockt und sind gar nicht mehr da oder sie haben das Schiff untergehen lassen und das Schiff versenkt kann nämlich auch sein genau was haben wir eigentlich für Quests bekommen das hier ist Chicken Isle das ist Rapier Bay glaube ich das ist die Dings da keine Ahnung ähm was liegt denn hier auf dem Weg schauen wir mal so Mutineer Rock liegt nicht auf dem Weg Cutlass K liegt auf dem Weg und Paradise Spring dann fahren wir doch da hin jetzt kommt natürlich der Megalaut an also macht er nix aber wenn ich jetzt eh schon auf offener See bin jetzt warte mal ich mach den mal wenn ich jetzt eh schon so schön mit dir alleine bin mein Freund dann fechten wir es doch aus komm her komm her komm her du fährst schon wieder in eine sehr komische Richtung du willst nicht kämpfen so wie es ausschaut der ist mega verpackt mittlerweile der umschwärmt mich nämlich nicht der despawnt grad wieder der Sack der despawnt schon wieder ah das ist so nervig echt ich will den mal wieder machen ihr müsst auch kurz Ancient Spire ah ok wer folgt den jetzt hat dann treffen wir uns gleich bei Ancient Spire ich sehe nicht mehr das wird ein bisschen länger dauern kannst du nicht sagen Alter ich bin jetzt erschrocken Entschuldigung passt das wird ein bisschen länger dauern das wird ein bisschen länger dauern ok alles klar und er schaut jetzt im Schiff Schiffs Raid ok sehr gut dann mach jetzt noch den den Dings den Meganoidern hier nicht so hoch nicht so hoch nicht so hoch auf jeden Fall der Sound ist verpackt das ist kein Kampfsound den ich bekomme auf 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 und da dann die 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 Jawoll. Ja, also. Da haben wir ihn. Ich glaube, ihr seid schon im Außenposten. Ich habe irgendwas gesehen, dass ihr verkauft habt. Ah, da. Demons Gaming ist im Wasser. Ah, nee. Ihr seid jetzt nicht im Außenposten. Okay. Er ist gerade unterwegs. Bei Roaring Traders, wort ihr? Ah, okay. Wo ist denn der Loot? Äh, lol. Da winkt er. Okay, dann fahren wir mal zum winkenden Hai. Zum winkenden Megalodon. Ja, das ist der Loot. Da ist ja ja schon. Oh, das ist der Loot. Oh, das ist cool. Vier sind super. Ah. Müssen wir kurz kollegieren. So, mittlerweile müsste ich euch bald sehen können. Äh, Richtung Osten. Da. Ah, da hinten seid ihr. Ah, cool. Nies sind auf dem Weg, haben wir auch Hai. Ah, cool. Sehr gut. Tiemens Gaming ist immer noch im Wasser. Mal schauen, kann ich den holen? Ja, das ist weit weg, glaube ich. Ne, das ist weit weg. Aber was sind die Sachen? Ja. Bin zum Nah, glaube ich. Oder? Ah, geht. Einige Gewürze. Niederalien. So, aber da hinten haben wir noch ein bisschen Fleisch. Ich bring mal kurz meine Supplies weg. So, quatsch. Hä? So, ich bringe mal eben raus. Fleisch nehme ich so in die Hand. Und so. Das ist da, da ist nochmal Fleisch. Okay. Das gute Megalodon-Fleisch. Nur ein Schädel. Na, jetzt. Warten wir aber noch Fleisch, oder? Was ist da vorne? Ah, da hinten, genau. Dann hole ich mir noch Fleisch. Mehr Fleisch. So. Okay. Dann Außenposten. Wo wollte ich hin? Der kommt leider aus. Nee. Devil's Ridge. Okay. Nach Westen wollte ich. So, im Wasser ist jetzt nichts mehr. Der ganze Loot ist dabei. Ja, ich hab's anscheinend auch gestoppt, wegen der Megalodon. Ich hab's immer noch denselben Abstand zu mir. Da drüben ist Loot im, äh, Supplies im Wasser. Ah, ich hab's noch kurz rüber. Ich hab's noch kurz rüber. Vielleicht gibt's irgendwer gerne Samaragde. Ich schau mal kurz rüber. Eh noch ein bisschen Zeit, bis ihr da seid. Weil ich warte noch zum Abgeben, bis ihr in der Nähe seid. Ganz alleine ist immer ein bisschen blöd, wenn ich weiß, dass vorher irgendein Schiff in der Nähe war, dass despawned ist. Da ist irgendeine Kiste. Äh, Kiste. Normale Supplies brauch ich jetzt nicht, aber Schatzkiste nehm ich schon mit. Ah, das ist sogar, ähm, noch ein Samarag drüben. Da muss ich ein bisschen näher hin. Die Wellen, die sind echt so krass. Da ist sogar noch irgendwas Richtung Schatz dabei. Irgend so ein Kelch oder sowas. Nicht viel, aber ein bisschen was. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ah ne, das ist nur ein Dings, ähm, eine Flaschenpost. Brauchen wir überhaupt nicht. Dann legen wir mal das mal hier rein. Und das hier rein. Das auch hier rein. Alles schön blau. Wunderbar. Wunderbar. Das können wir ja gleich ein bisschen aufräumen, wenn ich eh schon dabei bin. Zack. Zack. Okay. Dann ab nach Westen, oder? Westen, immer noch Westen. Wir fahren wieder. Ah, okay. Okay, super. Ich bin tot. Ja, du bist tot. Du warst dem Wasser. Wahrscheinlich bist du gefressen worden. Und warum? Aber du bist nicht raus. Ich muss den Abwasch machen, deswegen hast du lange gedauert. Ach so. Warte, was du passt? Ähm, ja, ich hab einen Megalodon gekillt. Jetzt hab ich den ganzen Loot an Bord gebracht. Und die Küsten? Äh, welche Küsten? Ach so, stimmt, du warst ja auch nicht da. Es hat sich herausgestellt, sobald man das Totem einlegt in diese Vorrichtung, startet ein Countdown. Egal, was du machst. Und dann fährt eben dieses Steintor runter. Und das wusste ich auch nicht. Ja, und dann hab ich es in der kurzen Zeit nicht mehr geschafft, diese ganzen Millions zu finden. Deswegen, Quest ist verkackt. Ja gut, aber wir haben noch eine andere. Ja, genau. Ich markier die mal alle. Oder hast du schon? Ähm, ich hab schon das nächste. Cutlass K fahren wir jetzt gerade. Das ist diese Level 5 Gold Horror Fest. Ja, 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 ja. Genau. Genau, und ähm, ja. Also man kann wohl, nachdem man das Totem eingesetzt hat, kann man nichts mehr machen. Der Countdown fährt sowieso runter. Ich hab nur so diese Golddinger eingesammelt am Boden. Und dann ist auf einmal das Steintor runtergefahren. Das ist dann wirklich so ein Suchspiel, dass man diese Medaillons findet. Und was dann kommt, weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwas mit den Blöcken wahrscheinlich. Na ja, das nächste Mal. Kannst du nochmal probieren? Ja. Ja, aber heute nimmer. Heute nicht. Ja. 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 Ja.